Die erste Mittermannschaft! Halt! 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 Komm! Und wollen wir wieder? Kusser! Kusser! So, Markus! Ja! 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 Ja, schön! Einen Schleiß, hat er den. Stopp! Komm jetzt, jetzt! Scheiße! Komm, Scholli, komm, Scholli! Jetzt! Schieß! Schieß! Schieß doch! Schieß doch! Wir wollen! Jetzt, jetzt, jetzt! Zieh durch! Schieß, schieß, schieß! 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 Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch! Das ist ein Scheißgeruch! Das kann er unterkommen! Das gibt's doch nicht! Ja! 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 Der erster, Denis Zemmermann! Ja! 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 Und dann geht's! Meine Männer, zweite Bälle! Ja! 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 Zwei. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Neuem Spiel der Zwölfer, Jonas Wieck. . Jaaa! Anstand, Tor! Für die Gäste, neue Spiele-Shop, was wir jetzt haben. Ja, das wär mir auch lieber. Oh, scheiße! Komm, komm, komm! Jawohl! Ende! Wir werden die Regierung hohen. Jesus suffered, mehr War- там schon, Herr. Jezeni, die größte Frage gehen!